Klar hat sich technisch in den letzten Jahrzehnten einiges getan, aber die Grundregeln für die Erstellung eines ansehnlichen Films haben sich eigentlich nicht geändert. Um eine Situation aufzulösen, gibt es die Five-Shot-Regel mit folgenden Einstellungen. Was, wer, wo, über der Schulter und wenn möglich der Wow-Shot. Jede ruhige Einstellung 10 Sekunden halten, das reicht, spart nämlich Zeit, Akku und Speicherplatz. Ganz wichtig, die Bewegung sollte vor der Kamera sein. Endlose Achterbahnfahrten sind weder schön zum ansehen, noch kann man daraus vernünftig etwas schneiden. Deshalb immer ein Stativ verwenden, egal ob Knie, die Straßenlaterne oder Boden. Alles, was die Kamera stabilisiert, ist erlaubt. Auch gutes Licht ist wichtig. Deshalb sollte darauf geachtet werden, dass die Sonne nicht vor, sondern hinter der Kamera ist. Ebenso sollte ein Fenster nach draußen immer im Rücken der Kamerafrau oder des Kameramanns sein. Und mit dem richtigen Winkel und der Sonne im Rücken entsteht Tiefe. Zusammengefasst schlagen die Cutter Herzen schneller. Bei 10-sekündigen Five-Shots bestehend aus was, wer, wo, über der Schulter und dem Wow-Shot. Das natürlich alles am Stativ, mit der Sonne im Rücken und vollem Akku. Und ob's passt, sieht man zum Glück sofort am Bildschirm oder später am Computer. Der Rückseite von Harry Potter Der Rückseite von Harry Potter Der Rückseite von Harry Potter